Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Fußball-Vlog. Ich bin heute nicht alleine, Kieran Bohr ist dabei. Hi! Wir machen eine kleine Elfmeter-Challenge. Und ja, ich würde sagen, fangen wir an. Ich muss nur schnell die Kamerainstellung bringen. So Leute, jetzt geht weiter. So, hier bin ich. Das ist der beste Schuss, da ist Fabi. Okay, ja. Der war schlecht, der war wirklich schlecht. Ich schwöre, der war schlecht. Obwohl, ja, ich bin so geil. Ja, ich bin so schnell. So, ich hab mich nicht getroffen. Es war bei der Sache nicht getroffen, aber jetzt kommt ein Schuss. Ich hab mich auch Angst gegeben. Ich bin jetzt nicht mehr hier. Wir machen es dreimal, ne? Hä? Wir machen es dreimal. So, ich bin jetzt wieder. Da bin ich wieder. Ja! Ah! Erste Runde geht an mich. Wir machen Nummer 3. Durchgehen. Jetzt schieße ich an. Ich fange 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 an. Jetzt habe ich einen großen Punkt und du noch gar keinen. Krass. Und das machen wir jetzt noch was bei dem. Ich fange an. Ich fange an. Ok, der war wirklich scheiße. Wenn ihr mehr von diesen Fußball-Challenges sehen wollt, dann erstens lasst einen Like da, teilt die Videos. Das wäre auch nett, wenn ihr abonniert und die Glocke aktiviert. Und schaut auf jeden Fall auch bei den anderen Videos von uns beiden vorbei. Und lasst dort auch einen Like da! Ach komm schon! Kleiner Foxen! Kommt Leute, ich würde sagen... Lasst mal so ungefähr... 20 Likes da, wenn euch das gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das gleiche Videos machen sollen. Oder so was hier andere. Ey, warte mal. Schreibt auch mal, was wir keine Videos machen könnten. Scheiße! Jetzt schieß ich über dir durch! Jetzt schieß ich über dir durch! Und der muss rein! Und der muss rein! Boah, bin ich am Start! und komm mal! Wir gehen durch! Wir sehen uns beim nächsten Mal, wo wir sie gehen können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay, ich bin durch schlecht. Das Video wird auf beiden Kanälen sein. Kiran, mach. Kiran, boh, fertig? Ja. Jetzt kommt der heftige Schuss. Ich hoffe, ich treffe den. Ich werde verpackt. 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 Leute, schaut mal in die Kommentare, ob wir den Fortnite-Dance-Challenge machen sollen. Wir können auch mal ein Fortnite-Dance-Challenge machen. Können wir auch mal probieren. Müsst ihr auch in die Kommentare schreiben. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich habe das Gefühl, mein Bein rausgemacht. Wir wollen nicht wieder fahren. Wir wollen nicht. Jo, warte jetzt mal. es läuft alles gut warte ein bisschen besser so ein bisschen besser ich glaube ich treffe nicht ich rufe nicht nein Ich kann mich nicht auf die Flügel halten, weil ich hab gar keinen Bock mehr. Ich habe gerade reingeschaut. Junge, der ist mir gegen das Knie gesprungen. Wenn die zwei wieder unentschieden sind, dann hören die auf. Das sind die zwei Teile, das sind die. Ja. Bis drei Leute, bis drei machen. Das ist gewinnig. Lacker, easy gewinnig. Nicht. Der darf dann irgendeinen Fortnite zum Morgen machen. Jetzt kommt der stärkste Schuss. Der beste Schuss, der stärkste Schuss. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Es geht gleich wieder weiter. So Leute, dann war es mit diesem Video. Warte mal. mimernher....